So, das ist meine Ausrüstung für den heutigen Demotag am 12. September 2020, Samstag in München. Zum einen hier dieses Plakat, auf der anderen Seite steht ebenfalls was. Dann habe ich schon mal zwei Mundschütze, zwei Masken, kann ich auch sagen, präpariert mit diesen Aufschriften, falls ich die tragen muss. Dann werde ich da zumindest eine Aussage damit in Verbindung bringen. Und dieses Teil hier werde ich mir an meinen Allerwertesten binden. Ja. Ach ja, und dann habe ich ja noch den Hut, den hatte ich ja schon mal vorgestellt. Da steht hier das drauf, schließt euch an. Auf der anderen Seite FC K. Söder. Und falls jemand sagt, es ist ja schrecklich, dass ich so etwas sage, dann sage ich, hier steht es doch, ist es fränkisch, christlich, kompetent. Das steht, dafür steht FC K. Söder. Gut, das ist so meine Ausrüstung. Bis später. Ich glaube, jetzt ist es so 10.30 Uhr oder 11 Uhr, glaube ich schon fast. Also ich gehe jetzt bald los.